So, da sind wir wieder und diesmal direkt viele töten und nicht mehr solche Flug-Aktionen wie gerade. Was soll ich da mal mit dem Ding hier losgehen? Wo läuft der eigentlich hin? Ich würde ihn gerne von außen sehen. Ich weiß nicht, wie das geht. Oh, oh, oh. Wie schießt der? Schießt den Scheiß. Vielleicht glaube ich nicht durch. Er hat die maximalen Höhe schon überschritten mit dem Ding. Dann kann ich schon mal ein paar Kills absagen. Oh, bist du doch. Der Helmenschießler, ne? Ich steig aus, wenn noch einer kommt. Okay, du stimmst. Es borden einen Juckis in der Wüste. Wenn das echt so wäre, das Juckis in der Wüste sparen, dann würden sich alle fragen, Scheiße, es gibt Juckis wirklich? Und dann würden sie sich fragen, Scheiße, warum spawnen Juckis in der Wüste? Scheiße, warum spawnen überhaupt, Leute? Warum? Oh Gott. Ja, dann würde das ganze Leben aus einer Lüge versehen. Dass nämlich Star Wars... Ne, ja wohl. Im Vorspann von Star Wars sagen die immer, es war einmal... Es war eine lange, lange Zeit in einer weit entfernten Galaxie. Das würde bedeuten... Es war einmal, die sagen es war. Dann gibt es Wookis wirklich. Ja, genau. Hello. Also wenn wir jetzt nicht gewinnen, dann weiß ich auch nicht. So viele wie ich hier schon wieder gewaltzt haben. Ähm, 2-2-2. Tusken haben... Ne, Tusken will ich gar nicht besiegen. Ich will, dass die hier was verlieren. Scheiße auf Kills hochsetzen oder so, ich will, dass die hier verlieren. Das zielt er auch nicht. Ey, Luke. Oh, fuck. Oh, da habe ich ihn runtergeschossen. Da habe ich ihn in der zweiten auch noch runtergekommen. Oh, das war das. Oh, oh, oh. Hallo, wo bist du? Nein, ich wollte schießen. Schieß doch, ich habe keine Munizung. Nahrkampf. Versuchen, das Ding einzunehmen. Also eine Granate reinwerfen. Ah. Hm, das ist glaube ich nicht so die beste Taktik. Im feindlichen Lager Emulsion aufzufüllen. Wow, das ist sogar geschafft. Hm, das ist glaube ich ein bisschen gefährlich. Ich dachte, da hat er echt einen gesiegt. Der wollte ich auch noch reinkaufen lassen. Wow. Ich hätte nicht gedacht, dass das klappt. Wir können es ja alle noch einnehmen. Wir haben die schon fast verloren. Oh, wenn du schläfst. Scheiße. Schnell das Spawn mit einer Sturm-Truppe. Der hat meinen Kommando-Postein genommen. Ja, Mist. Ja, was geht? Hm, scheiße. Hm. Ich will den Sternzersteller dann nehmen. Der hat mir vorhin das gegangen. Hm. Hm, hm, hm. Was sind unsere? Oh, irgendwas kämpfen. Ich will auch kämpfen. Oh Gott. Oh Gott. Ja, 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 ja. Ist er ausgestiegen? Dann nehme ich mir das Ding wieder. Oh, da ist noch einer drin. Das Ding ist ja ausgestiegen, ne? Ja. Tatsache. Warum? Wollt ihr es hier einnehmen? Wir haben ihn nie geschafft. Ich greife mal ran. Bisschen Radau machen. Wir kämpfen echt mit den Tusken. Echt ein bisschen scheiße für die jetzt. Aber ich habe mehr Basen als vier. Jetzt fehlen die so nicht. Okay, Rückzug. Geordnet Rücksichtung. Echt, Tusken. Und das einnehmen, kann die Tusken dann noch spawnen? Keine Ahnung. Wann haben die eigentlich keine mehr, ne? Ich versuche es mal einzunehmen. Das ist ja leicht klappt es ja. Das geht eigentlich ziemlich schnell, oder? Wenn die nicht tausend, ja tausend Viecher spawnen würden. Ganz im Ernst. Scheiße. Ja, genau. Soll ich den alle besiegen? Was? Ich bin da hinten irgendwas einnehmen. Oh, was? Fliegt da. Ja, genau. Mit dir gehe ich da hin. Komm mit. Die drücken der Glocke, ne? Von den Gucke. Wir verlieren Verstärkung! Wir verlieren Verstärkung! Wann denn? Jetzt sind wir im Kämmer! Schaufschützenkommando! Einer ist weg! Ihr beide müssen sich jetzt übernehmen! Ihr müsst die Mission vorantreiben! Lass mich zurück! Deswegen muss er sich nehmen, oder? Ja, scheiß, man! Warum sind wir auch nicht so stark hin? Lass mich nicht ab! Äh, und dann fahr ich da hin! Miau! Miau! Ah, ich bin schon da! Ich fahr mal da rein! Miau! Der Sieg steht bevor! Miau! 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 Fahr rein! Los! Los! Jetzt! Ich kann nicht reinfahren! Weil ich könnte nicht mehr reinkommen, so gut! Wir verlieren Verstärkung! Okay, da auf der Karte sehe ich, er kommt rein! Er kommt rein! Er versucht auf den Verein zu kommen, jetzt kann er von da aus rein gehen! Oh! Wir haben ein Kommandopost eingenommen! Wir haben ein Kommandopost eingenommen! Allein? Wer ist Allein? Oder Alien? Alien war das Predator? Du gehst auf mein Konto! Nein! Du gehst auf mein Kommandopost eingenommen! Nein! Fick dich, Alter! Aber, schön! Geschafft! Ja! Es läuft doch ganz gut mit 44 Kills! Äh, ich glaub 14 mehr als gerade, kann das sein! Ich glaub ich hatte grad ungefähr 30! Abschlussorgie und Schatzfeind! Und dann mach ich dir einen kurzen Schnitt und wir sehen uns gleich wieder! Bis gleich! Bis gleich!